Anil, also was soll ich mir Wichtiges ansehen? Okay, ich hab' Ihnen doch von dem Rächer erzählt. Aber jetzt hab' ich ihn wieder gesehen. Also nicht ihn, sondern vielmehr Sie. Es sind nämlich vier. Nicht einer, sondern vier. Wie sehen Sie aus? Ich zeig's Ihnen. Was? So sehen Sie aus. Wie Schildkröten? Ja, es sind ja auch Schildkröten. Sie nennen sich die Turtles. Sie sind fast zwei Meter groß und können sprechen. Wie wir. Sie wollen mir also weismachen, dass da vier, zwei Meter große, sprechende Schildkröten durch New York laufen und niemand hat sie gesehen, außer Ihnen. Ja, das ist mein voller Ernst. Aber sollten wir sonst noch was über Sie wissen? Sie sind Ninjas. Wie bitte, was? Und Sie können Karate. Okay, raus hier.